Moin meine Freunde schlechten Geschmacks. Wir, 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 wir machen irgendwas. Wir machen ein, ein, ein Schnellmatch. Ein, ein Betreten und... No, Lobby betritt nicht möglich. Ach so, wir machen... Oh, bei der Batterie. Hab ich auch... Oh nein, auch... Oh, ich weiß es nicht. Oh, wir machen... Oh je. Hm. Ähm, Love Team Deadmatch, so. Natürlich. Weiß gar nicht, ob wir jetzt in den letzten Folgen noch reingeschnitten haben, aber ist auf jeden Fall entweder ein Cut drin oder ein neues Spiel. Je nachdem. Weiß ich. Äh, ich werde euch nicht sagen, was mit der letzten Aufnahme passiert ist. Ich weiß nur, dass es ein bisschen peinlich war. Ein bisschen sehr peinlich. Ah, jetzt muss ich gerade ein bisschen für mich lauter, äh, leiser. Lauter, leiser, leiser. Loll, wie er einfach hingerichtet wurde. Das ist richtig krass. Ist da drin jemand? Nein. Der Mann passt aber jemand, oder? Oh, ich wollte rüberspringen. Scheiße. Oh, wie ich einfach richtig schlecht bin. Ich bin so richtig fern des Bestehens. Oh, da ist er. Oh, der soll mir gehören. Scheiße, komm schon. Oh, lol. Scheiße. Fuck. Ach, die kommen immer nach, nach, klar. Ich dachte, das wäre jetzt Runden passiert. Oh, ich bin auch Mongo. Egal, wir schaffen das. Ich glaube an die Mongo-Kraft. Lol, da habe ich gezögert, das war nicht gut. I will knock you the fuck out. Ja, aber richtig krass. Warte, ich kann das. Guck, seht ihr? Oh, scheiße. Just wait. Reloaden. Lol. Hat nämlich einfach weggeknüppelt. Ey, ist ja richtig krass. Was aber? Klafft eine goldenen Waffe, ey. Was macht man nicht? Hat man da nicht beigebracht, dass man nicht mit goldenen Waffen auf Mädchen zielt? Ist voll rüpelhaft. Okay, da hinten geht auf jeden Fall dick die Party ab. Lol. Wer hat ja zuerst geschossen, komm. Ihr habt alle gesehen, ich habe zuerst geschossen. Es war doch... Och, lächerlich. So etwas kann man gar nicht ernst nehmen, wisst ihr? Ich meine, man weiß einfach, dass ich einfach der Beste bin. Äh, äh, gespielte. Äh, auch ganz. Oh, oh. Oh, warte. Oh. 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 Warte, oh, oh man, ich will doch auch mal einen töten. Oh, guck mal, wie schlecht ich bin. Ein Assis Mama. So, da dann. Na, guck mal, ich will hier meinen Bauernschutz mal ein bisschen auskosten. Oh, da kommt er. War ich da? Ne, hat noch nicht mal ein Assis. Kommt, ist ja klasse. Freue ich mich, ey. Komm, da unten. Ach so, ich hab gesehen, komm schon. Komm her, komm komm her. Oh, Mann. Boah, ich war mal besser in dem Spiel, weil ich mich erinnern zu können. Äh, meine Werte. Wie mache ich das nochmal? Ja, ich soll vielleicht nicht gucken, wenn ich in den Karten gehe. Ja, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wo sind die Gegner? Es sind noch 100 Meter. Boah, ey. Agro Berlin. Das war jetzt vielleicht ein bisschen schlecht vom Timing her. Yes. Yes. Oh, jetzt rollt's aber. Jetzt haben wir halt mal ein bisschen hier das grolligen, grolligen Stone, ne? Ne? Schacke-laka geht immer. Ja, läuft. Ja, klar. Leck dich einfach mal durch die Gegend, du fucking Cheater, ey. Du bist so eklig. Alter, ey. Dich hab' mal am besten verbrennen. Oh, leu. Ja, das war der Mensch. Ja, klar. Klar, 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 klar. Irgendwann läuft ihr gar nicht gut gerade. Warte, ich kriege einen von euch, mindestens. Ach, was ein Fenner, ey. Kommt mal her. Hallo? Seid ihr tot? Seid ihr tot? Komm, wenn da einer reinspringt, dann ist er direkt tot. Ach, kommt schon, der Bobby ist. Das ist so schwer. Geh' ich hin! Ja, komm, 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 komm! Yes! gibt es ja nicht 3 Millionen Leute und ich treffe keinen 3 Millionen und nicht einer weniger ist ja die Höhe halt jetzt kassierst du aber du willst hier lang? okay cool komm oh leil hat er sich hier aber eine was soll es fehlen mir ein bisschen schlagfertigen sprüche ist ja auch egal weil ich bin ja selbst schlagfertig ne? scheiße boah gibt es ja nicht du hast es geschafft! wie schlecht bin ich? ah ich bin sehr schlecht gut dass ich das nochmal nachgeschaut habe oh 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 danke nein 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 mein leben oh ich muss nicht gucken wie ich den Schild aktiviere ja pfff wie viele Kugel haben die jetzt ekelhaft durchgelöchert hallo ich möchte gucken boah hat das klappt und ich suche hier ganze Zeit ah ich bin F natürlich dumm dass ich das jetzt gemacht habe beim battle ist es halt auch immer ein bisschen schwierig ja das kann ich dir 3 rt ok cool voll trafen bum bum boah hätte das troffen äh non plus ultra gewesen ey dass das kein direkt shot war ne? direkt shot alter 4 zu ne 6 zu 12 boah ey ich bin ein bisschen traurig jetzt gerade komm jetzt da kann ich auch rein doch doch das das kann ich ja Schutze mach jetzt nicht很好 Piss dich doch ey du ist auch piss die Wand an Zombie irgendetwas keine Ahnung ich hab hier irgendwie keine Stätte ich bin doch irgendwie voll nicht bei der Sache komm zur Zeit geh ich rein Ich brauche keine mal aufhören Aber du kannst ja mal aufhören so durch die Gegend zu lane danke Fuck, fuck die Vandanne, ey. Ich hab' mir nicht schlecht. Ich töne nur jede zweite Runde ungefähr ein. Lol, drei Millionen Sachen sterben. Oh, das war mein eigenes Gefühl. Fuck it, boah halt. Ich hab' grad bei meiner spielerischen Karriere echt einen Tiefpunkt, aber ich. Vielleicht soll ich mal wieder aktiver spielen. Oder gar nicht mehr, eins von beiden auf jeden Fall. Oh Hilfe, oh Hilfe, oh Hilfe, oh Hilfe, oh Hilfe. Darf ich das mal kurz? Danke. Oh, ich darf, ich darf nicht, ich muss ihn nehmen. Oh, oh. Oh Mann. Komm schon. Oh, warte, das kann ich auch. Ha. Oh, drei Millionen Sachen in den Luft geflogen. Komm schon, scherp, 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 scherp. Nein, scherp. Alter, ich hab' mir wohl Gnadenes verloren, aufgrund erfolgreicher Mithilfe von mir. Ach, bin ich kacke, ey. Ey, das muss man schon sagen, ein guter Spieler bin ich nicht. Beziehungsweise behaupte ich das auch nie. Who shot my body? Oh man, das sollte meiner gewesen sein. Komm her, komm her. Du blickst doch sowieso, weil ihr alle mega pro seid. Kann man hier durchgucken? Nein. Lalo, die ganzen Sniper sammeln die hier. Sniper, 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 Sniper. Und mein Leben. Und mein Schatz. Oh meine Güte. Loll. Mit einer Kanade und Doppelkill, oder wie? Oh, der Sniper da oben ist meine. Oder sowas von. Aua. Aua. Oh, 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 au, 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 au. 10 Kids. Mit den da oben muss ich noch loswerden. Den da oben muss ich noch 100 pro loswerden. Nachdem ich die alle losgeworden bin. Ja. Nice shot. Ach, ich bin echt kacke. Alter, boah. Ist aber ein bisschen krass am Dominieren, ne? Also mit normal ist das echt noch höher zu vergleichen. Lol. Ja, am Arsch. Komm. Ein sauberes 11 zu 19. Ja. Ist ja auch ein bisschen scheiße, ne? Ja, aber... Scheiß drauf. Hey, Level Up. Jaaa. Gebläckmodus, also blablabla. Ähm... Ich bin da Level aufgeschrieben. Okay, mögliche Niveau des aktuellen Kanals Positionen höher als hier in Nome. Hey, checkt ihr das, was hier gerade läuft? Ich nicht. Bin ich jetzt kein Amateur mehr? Also muss ich in den Außenkanal, ooohhh. Will ich aber nicht. Bombenschlacht klingt aber witzig. Komm, start. Was ist ein Bombenschlacht? Sag mir das irgendwer? Kann mir das irgendwer be-be-be-be-be-be-be beantworten? Was ist Bombenschlacht? RufflesM4, du weißt es doch bitte, oder? Mikrofoltos, Mx, Foltos. Wall them up, wall them up. Oh, lol. Oh, hinter dir. Oh, du bist im Arsch. Lol. Hat er den erwischt? Ist ja krass. Das ist einfach nur kein Harten mehr, oder wie? Ist ja sick. Ja, ich denke schon. Um, 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 um. Genen Ultra. Oh, leute. Ach, du bist echt die einzige Person noch hier. Was ist da? Die Bombe oder wie? WTF ist es passiert? Hey, ich check's noch nicht. Egal.